alle gehen auf c okay fahren wir mal mit absolut zero an so lightning turn peridot peridot sense of dance die beiden judgment und die die Ich kann das alles anziehen. Oh! Ich habe ein Kraft! Ich werde das nicht mehr verholt. Oups! So. Schauen wir mal, ob das mit Layla funktioniert. Funktioniert. Okay. Problem ist nur, die müssen auch dann angreifen. So spielt sie jetzt nicht. Ich möchte Warrior of Light schnellstmöglich weghaben. Wobei... Ich habe nur die Burst. Machen wir das da? Raim geht auf alle. Das könnte vielleicht fies enden. Ach, ich hätte ja die LD machen können. Ups. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das reicht noch nicht. So. Das reicht noch nicht. Und Bushido Tempest. Was sagt die Zahl? 1,6 Millionen. Das ist so. Hey. Ach geil. Geil. Also ich glaube, Rem hat uns Spaß. Gut. Schaff ich es ohne Burst? Oder muss ich eine Burst hinterher setzen? Oder muss ich eine Burst hinterher setzen? Schaff ich es ohne Burst hinterher setzen? Ich glaube, ich sammeln mal. Ich glaube, ich sammeln mal. Schaff ich es ohne Burst hinterher setzen. Das kommt auch noch irgendwann. Jetzt darf der auch mal was machen. Was in Richtung EX geht. Da kommt Peridot. Da kommt Peridot. Oh. Brem ist umgefallen. Mama Lightning Turn. Und dann. Dass wir die nicht mehr dran kommen. Wer weiß. Okay. Reicht nicht ganz. Schade. Und sie macht. Der Schlusslicht. Whilst. Mal. Na gut. Es war schon sehr sehr einfach. Aber mit einem komischen Trupp. Ich fand es interessant. Und amüsant.